Was weißt du über Mäuse? Weiches Feld, spitze Nasen, kloche Ohren und so ein Langpanz. Seht wie andere Mäuschen aus? Weiches Feld, spitze Nasen, kloche Ohren und so ein Langpanz. Das ist Blutamaus. Seht wie andere Mäuschen aus? Weiches Feld, spitze Nasen, kloche Ohren und so ein Langpanz. Das ist Bibimaus. Seht nicht wie andere Mäuschen aus? Weiches Feld, spitze Nasen, kloche Ohren und so ein Langpanz. Das ist aber ein bisschen übertrieben, oder? Oh nein! 20 cm. Und jetzt nochmal hübsch sein. Wunderschönen... 10.